Seit Beginn der Pegida-Demos habe sich die Stimmung in Dresden gegenüber Ausländern deutlich verschlechtert. Das beklagen die Amadeo Antonio Stiftung und die Menschenrechtsorganisation Pro Asyl. Demnach gab es im vergangenen Jahr in Sachsen die bundesweit meisten ausländerfeindlichen Körperverletzungen. Auch bei Anschlägen auf Flüchtlingsunterkünfte liege der Freistaat mit an der Spitze. Unterdessen berichtet die Dresdner Polizei von einem rassistischen Angriff auf einen Libyer gestern Abend. Er war in der Innenstadt von vier Männern zusammengeschlagen worden. Ich bin Anfang Oktober 1941 mit einem großen Transport russischer Kriegsgefangener nach Auschwitz deportiert worden. Als wir in Auschwitz ankamen, war es noch dunkel. Als es hell wurde, kamen Menschen mit gestreiften Anzügen zu uns. Vielleicht 20 Häftlinge, die Hocker bei sich hatten. Sie mussten uns alle Körperhaare schieren. Wir mussten uns auf Befehl von SS-Leuten völlig nackt ausziehen und alles wegwerfen. Je fünf in einer Reihe mussten wir dann in Hockerstellung so lange warten, bis 100 fertig waren. Dann wurde das Tor geöffnet. Wir gingen durch das Tor, über dem stand Arbeit macht frei. Andrzej Pogoschew, Häftling. Am schlimmsten war, als man uns einmal rief, im Hof von Block 11 Leichen aufzuladen. Ich werde nie vergessen, was ich dort gesehen habe. Es lagen vielleicht 60 Frauen dort. Es waren keine abgezehrten, sondern normal ernährte Frauen. Ihre Brüste waren abgeschnitten. Bei sämtlichen Weichteilen, hinten und am Schenkel, waren mit großen Schnitten Stücke von Fleisch herausgeschnitten. Die Kanalisation war völlig verstopft und wir warteten bis über die Knöchel im Blut. Wir sahen nachher wie Fleischhauer aus. An diesem Tag war ich wirklich vollkommen fertig und konnte nicht essen. Kasimir Smolen, Häftling. Ich war als Leichenträger eingeteilt. So wurde ich auch Zeuge der ersten Vergasung im Block 11. Wir mussten vor dort die Leichen hinaustragen. Es war ein makaberes Bild. Ich sah Leute, die in ihren Fäusten ganz fest Haare gehalten haben, die sie sich oder anderen ausgerissen hatten. Ich habe auch Finger gesehen, die ganz zerbissen waren. Die Leichen befanden sich schon zwei Tage im Bunker. Die Haut der Toten blieb uns in Fetzen an den Händen. Es herrschte eine furchtbare Hitze. Dieses Bild kann man nie genau beschreiben oder vergessen. Dr. Jess Walklowacki, Häftling. Hast du jetzt Lust zu sprechen? Ich fragte, worüber. Boger, der hinter mir stand, schrie, friss. Es wurde mir ein Stuhl in den Rücken geschlagen und ich fiel um. Dann musste ich die vielen Heringe essen. Man stopfte mir alles in den Mund. Ich erbrach und musste auch das Erbrochene aufessen. Ich weiß nicht wie, aber ich habe die Heringe aufgegessen. Dann wurde ich noch immer mit auf dem Rücken gefesselten Händen in eine Stehzelle gebracht. Meine Hose wurde heruntergelassen und ein Eimer hineingestellt. In diesen Tagen gab es mehrere Selektionen im Bunker. Man konnte sich an alles gewöhnen, aber nie an diese Selektionen. Dr. Jess Walklowacki, Häftling. Wenn ein Transport angemeldet wurde, hat uns der Blockführer geweckt. Wir mussten aufstehen und zur Rampe gehen. Es kamen verschieden große Transporte. Kleinere mit etwa 700 oder 800 Personen. Größere bis zu 3000 Personen. Man hat die Menschen mit guten und schlechten Worten aus den Waggons herausgetrieben. Wir durften unter Todesstrafe nicht mit den Ankommenden reden. Auch die Ankommenden erhielten sofort Sprechverbot. Und die SS passte mit Stöcken auf, damit ja niemand redete. Dann wurden die Angekommenen zur Kommission geführt, die Selektierte. Einmal wurden 10, ein anderes Mal 20 Prozent der Angekommenen ins Lager geschickt. Das variierte sehr stark. Der Rest wurde auf Lastwagen verladen und direkt in die Gaskammern geführt. Dr. Rudolf Wilber, Häftling. Einmal erlaubte sich ein SS-Mann folgenden Spaß mit uns. Wir mussten alle bei der Latrinengrube antreten. Er befahl uns, in diese hineinzuspringen und sagte, wer als letzter hineinspringt, kriegt von mir eine Kugel. Wir sprangen alle in den Kot. Als ich einem alten Mann heraushelfen wollte, schlug der SS-Mann mit der Schaufel auf meine Hände. Den alten Mann hat er dann mit dem Schaufelstiel auf den Kopf geschlagen und ihn untergetaucht, bis er erstickt war. Wie dieser SS-Mann hieß, weiß ich nicht. Willi Löwaden, Häftling. Schon beim Einrollen der Waggons stank der Transport ganz entsetzlich. Das war so schlimm, dass der Lagerarzt Dr. Mengele, der auf der Rampe stand, die SS sofort zurückziehen ließ. Als wir die Waggontüren öffneten, sahen wir gleich, alle waren wie Leichen. Sprechen konnte keiner mehr. Aber einige atmeten noch. Alle wurden sofort auf Lastwagen verladen und in die Verbrennungsgruben geschüttet. Man hat sie vorher nicht einmal mehr vergast. Arje Fuchs, Häftling. Wie wurden die Kinder in die Gaskammer gebracht? Manchmal wurden sie über die Köpfe derer geworfen, die in der Gaskammer aneinander gedrängt standen. Einmal sah ich, wie ein SS-Mann einem Kind ein Bonbon gab, dann warf er das Kind vor der Mutter an die Wand. Wurden diejenigen, die für den Gastod ausgesucht waren, mit Lastwagen zum Krematorium geführt? Oder sind sie zu Fuß gegangen? Mit Lastwagen wurden nur diejenigen hingeführt, die selbst nicht mehr gehen konnten. Der Lastwagen wurde vor dem Krematorium gekippt und die SS hat denen auf die Hände geschossen, die sich an den Rand anhielten. Konnten immer alle Leichen in den Öfen der Krematorien verbrannt werden? Wenn viele Transporte kamen, wurden die Leichen auf Haufen gestapelt, damit die Gaskammer frei wird, weil die Öfen nicht nachkamen. Dann schwollen die Leichen durch das lange Liegen an. Beim Krematorium 2 gab es keine Gruben, wo verbrannt wurde. Ich habe aber gehört, dass beim Krematorium 4 im Freien verbrannt worden ist. Dov Paisikovic, Häftling.